Ihr seid ja immer zu zweit ins Rennen gelaufen. Wie ist das Schluss passiert? Wieso warst du von vorne? Die Wanne ist kaputt gegangen. Kaputt? Also blau, wenn man lange läuft. Ja, genau. Der Hamamankar. Wenn du so ein technischer Teil gehst, bist du eher technisch besser. Ja, das Land ist aus der Kurve gelaufen. Aha, und dann bist du rein gekommen? Ja. Dann ist gleich das Ziel gekommen. Ja, und jetzt kommt auch der Bus gerade.